Ja und willkommen zu einem neuen Reaction Video und zwar reagieren wir heute auf TWICE. Erstmal auf I can't stop me und wie ihr seht, ich habe eine TWICE Cap. Die habe ich mir letztens bestellt und die kam auch recht schnell an, fand ich. Die sollte eigentlich erst nächsten Monat kommen, aber kam ein bisschen früher. Und ja, ich habe mal wieder Haare gefärbt. Ich fand das Dunkle jetzt doch nicht so cool an mir. Weiß ich nicht. Das gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Ja, dann fangen wir mal an. Ich werde versuchen etwas lauter zu sprechen, während das Video läuft, weil manchmal hört man mich so schlecht, habe ich das Gefühl. Also habe ich bei den Videos schon gesehen. Ja, auf jeden Fall ist Chaeyoung mein Bias, aber ich mag sie alle ganz gern. Fangen wir mal an. Oh, die sehen so hübsch aus. Die sehen immer hübsch aus, egal was sie anhaben. Oh, look at her. Oh mein Gott, sie sieht einfach nur... Oh, damn girl. Ich finde keine Worte, sie sind einfach nur... Oh, wow. Krass. Oh, ich liebe den Refang. Der geht direkt ins Ohr. Oh, ich finde das auch toll. Ich hätte gern diese Outfits, ne. Ich liebe das, ey. Oh, ich liebe diese Stelle. Oh, mein Gott. Schaut sie euch an. Chaeyoung. Spricht man die so aus? Ich bin mir da nicht immer so sicher. Ich will das auch nichts Falsches sagen. Ah, ja. Wunderschön. So krass, ne. Mit kurzen und mit langen Haaren. Ich weiß nicht. Mir gefällt beides sehr gut. Vor allem das Outfit, was die da anhat. Aber auch das bunte Kleid, was die da drinnen anhat, gefällt mir sehr gut. Boah, die Vocals, ne. Also, Jiyo und Nayeon. Richtig gut, ey. Ich glaube, das sind doch die beiden mit den stärksten Stimmen, glaube ich, oder? Und Jung-Yang. Jung-Yang. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Die hat auch eine wunderschöne Stimme. Ich meine, das sind die drei stärksten Stimmen, oder? Aber, das Ding ist, ich kann es ja schlecht beurteilen. Ich bin ja kein Musiker, kann man so sagen. Aber, ja. Mir gefallen alle Stimmen. Haben sehr, sehr gute Stimmen. Ja, sehr viel Wiedererkennungswert. Riesky, riesky, riech. Riesky, riech. Oh, seht euch das an. Sieht echt toll aus. Boah, Jung-Yang, ne. Jung-Yang sieht so toll aus. Vor allem mit der Frisur auch noch, ne. Ich weiß noch, ganz am Anfang hatte ich ja ganz kurze Haare, ne. Stand ja aber auch sehr gut. Aber schon krass, wie man sehen kann, ne. Wie anders man aussehen kann. Krass. Vocals on point So toll, ne? Das ist... Okay, ich wollte nicht neu starten. Ja, also der Song, ne? Der ist so eingängig, vor allem so 80s. Erinnert mich ein bisschen an The Weekend. Der macht ja auch manchmal so 80s. Finde ich mega cool. Richtig gut. So, und jetzt sind wir beim nächsten Video. Und zwar bei More and More. Auch ein klasse Song. Und ich mag dieses Konzept richtig gerne, ne? Sieht so nach Märchenwald aus, so, ne? Aber auch ein kleines bisschen Hippie-mäßig, also finde ich auf jeden Fall. Boah, Mina, Dayon, Nayon, Chewie, Momo und Sana. Oh mein Gott, Sana, ne? Süß. Ah, Sana, ne? Die sieht mit dem Orangenhahn so toll aus. Ah. Alle wunderhübsch. Wunderhübsch, ey. Die Choreo, wow. Seht euch die Outfits an. Wow. Chewie. Oh. Die Stiefel sind voll geil. Make-up. Oh, sexy Momo. Ah, blonde Haare stehen ja einfach so gut. Sieht wie Schneewitzchen ein bisschen aus, ne? Die Choreo sieht so toll aus. Oh, Momo. Ihre Stimme. Oh, Jang Young. Sie hat... Boah. Shang Young. Oh, sie sieht so toll aus mit der Frisur. Oh. Sana. Oh, sie ist einfach so cute, ne? Wow. Gio. Ah, mit dem Eigenhorn, ne? Krass. Das ist cool gewesen. Die Kulisse sieht so geil aus, schön in der Natur, aber ich würde da gerne Urlaub machen. So schön am See ist ein riesen, oder? Ein riesen großer See, glaube ich, oder? Dance Break. Slay, boah. Oh, der Rap ist so geil. Vocals on point, Nayeon. Oh, die Frisur von Cha Young, ne? Oh, wow. Schwarz mit Blau und dann noch ein paar Zöpfe drin, sieht schon nice aus. Moa. Oh, sieht sie euch an. Oh, die sieht so hübsch aus. Ja. Wow. Ja. Wow, 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 wow. Einfach nur wow. Ja. Ich weiß einfach, warum ich Twice liebe, ey. So eine einzigartige Gruppe. Ich weiß doch ganz am Anfang, da konnte ich die kaum so unterscheiden, ne? Wo ich mit K-Pop angefangen habe. Ich höre jetzt mittlerweile seit 2000... Doch, seit 2016 höre ich K-Pop. Genau, seit 2014. Und ja, ich mochte Twice auf Anhieb, ne? Früher so ganz cute und ganz brav und die waren immer mehr Erwachsene. Und, oh, ich finde das einfach toll, wie die sich entwickelt haben, ne? Und ihre ganzen Songs. Einfach nur catchy. Ja, einfach nur geil. Und, oh, ich hätte gern diese Outfits, ne? Genauso wie bei I Can't Stop Me die ganzen Outfits, ne? Ich hätte die so gern und ich würde mal am liebsten so geschminkt werden. Ja. Auf jeden Fall geil. Ja, das war's dann für die Reaction. Gucken also, was ich... Oh. Oh, kennt ihr das hier? Möchtet ihr zu schnell was sagen und dann kommt ihr irgendwie durcheinander. Ich auf jeden Fall würde ich sagen, ich gucke nachher mal auf was ich als nächstes reagiere. Und, ja. So, würde ich sagen, bis dann und bleibt gesund und vor allem bleibt so wie ihr seid. Bis dann.